Jetzt wird es süß, scharf oder sauer oder bitter. Es gibt nämlich bestimmte Lebensmittel, die dem Stoffwechsel ziemlich helfen und ihn unterstützen. Und welche das sind, meine Top 5, die kriegt ihr in diesem Video. Damit unser Stoffwechsel richtig funktioniert, brauche ich bestimmte Makronährstoffe und da er biorhythmisch tickt, heißt das also, dass er zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Makronährstoffe benötigt. In der Regel tagsüber die energiereichen Fette und Kohlenhydrate und nachts insbesondere die Proteine, die Eiweiße für den Aufbau. Aber er braucht darüber hinaus noch weitere wichtige Stoffe, nämlich Mineralien, Spurenelemente und Vitamine, die ihn deswegen versorgen, weil diese bestimmte biochemische Prozesse unterstützen, beschleunigen oder in bestimmte Richtungen lenken, wie zum Beispiel auch, dass Hormone aufgebaut werden können, dass Strukturen sich aufbauen. Dafür ist also die Berücksichtigung des Biorhythmus beziehungsweise der richtigen und wichtigen Nährstoffe sehr bedeutsam. Und da habe ich euch mal meine Top 5 mitgebracht an Lebensmitteln, die dafür sorgen, dass der Stoffwechsel optimal unterstützt oder versorgt wird. Das Erste sind die Äpfel. Die Äpfel beinhalten insbesondere unterhalb der Haut Pektin und diese fördern letztendlich ein wenig unterstützend die Aktivierung des Fettstoffwechsels. Dann darüber hinaus Aprikosen, schon mal drüber nachgedacht, aber gerade ist ja die Zeit auch der Aprikose, dort ist Chrom drin und diese fördern den Muskelaufbau. Ihr wisst, Muskeln sind der wichtigste Garant für einen funktionierenden Stoffwechsel. Chili oder Pfeffer. Ja, der Schweiß steht euch schon auf der Stirn, wenn wir darüber reden. Das heißt also, hier wird alles hochgefahren, weil eben die Stoffe, zum Beispiel das Piperin im Pfeffer, ja aktivierend auf den Stoffwechsel insgesamt wirkt und darüber hinaus auch die Fetteinlagerung hemmt. Frische Feigen, ja gerade die frische Feigen, die noch nicht ganz so süß ist, auch die hilft über Pektin letztendlich so ein wenig, ja, den Fettabbau zu optimieren. Und das Letzte, auch darüber vielleicht schon mal nachgedacht, ist die Zitrone. Auch ein wunderbares Lebensmittel. Da steckt eben nicht nur Vitamin C drin, was natürlich also die Aktivierungshormone, besonders das Noradrenalin fördert, nein, viele andere biochemische Prozesse aktiviert, unter anderem ja auch dem Immunsystem, so unendlich viel hilft. Und ihr seht, ganz einfache, leichte Lebensmittel direkt um die Ecke zu bekommen und diese aktivieren den Stoffwechsel und den Metabolismus dahingehend, dass er richtig rund läuft und gerade in diesen dunklen Wintermonaten eben dann auch andere Erkältungskrankheiten überhaupt keine Chance besitzen. Also greift schon mal zu Aprikose, Feige, Apfel, Chili oder Pfeffer oder Zitrone, um euch etwas Gutes zu tun und vor allen Dingen auch für den Stoffwechsel. Und im nächsten Video geht es darum, wie ihr das ganz leicht auch im Alltag umsetzen könnt, welche Alltagsmöglichkeiten es gibt, letztendlich auf den Stoffwechsel positiv einzuwirken. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Abonniert den Kanal, empfehlt uns weiter und schreibt die Kommentare, damit wir wissen, was euch so interessiert.